Ich gehe wählen, weil die Demokratie ein hohes Gut ist und ich über die Zukunft meines Landes mitentscheiden möchte. Ich gehe wählen, weil das für mich gelebte Demokratie ist und wer nicht wählen geht, kann sich am Ende auch nicht beschweren. Ich gehe wählen, weil sich jeder mündige Bürger damit beschäftigen sollte, was in Deutschland passiert und ich mich mit meiner Stimme aktiv für unsere Demokratie einsetzen kann. Ich gehe am Sonntag wählen, weil ich mir dieses Privileg nicht entgehen lassen will. Ich gehe wählen, weil für mich das Wahlrecht seit mehr als 30 Jahren auch Wahlpflicht ist. Außerdem jede Stimme für eine der demokratischen Parteien schwächt die Radikalen an den Rändern links wie rechts. Ich gehe wählen, weil jede Demokratie von der Mitwirkung ihrer Bürgerinnen und Bürger abhängt und seine Stimme abzugeben, das ist das Mindeste, was man an Mitwirkung leisten kann. Ich gebe am Sonntag meine Stimme ab, weil ich es nicht mag, wenn man passiv bleibt und sich im Nachhinein darüber beklagt, wie die politische Lage im Land ist, sondern man sollte selber aktiv mit seiner Stimme daran mitwirken, dass sich vielleicht etwas ändert oder auch nicht, je nachdem wie man möchte. Auf jeden Fall sollte man seine Stimme abgeben. In vielen Ländern der Welt haben Frauen kein Wahlrecht. In Deutschland wurde sehr lange dafür gekämpft und deshalb kann und werde ich am Sonntag zur Wahl gehen. Ich gehe wählen, weil ich die Zukunft des Landes mitgestalten möchte. Ich gehe wählen, weil ich will, dass künftig eine ernsthafte Klimaschutzpolitik gemacht wird und weil mir der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen am Herzen liegt. Ich gehe wählen, weil es nicht nur unser Recht ist, sondern auch unsere Pflicht ist, wählen zu gehen. Und wer nicht wählt, darf sich hinterher auch nicht beschweren. Ich gehe wählen, weil es meine Pflicht als Bürgerin ist von Deutschland, denn die Frauen dürfen erst seit knapp 90 Jahren in Deutschland wählen und nicht in jedem Land ist es so, dass Frauen wählen dürfen. Und außerdem möchte ich mit meiner Stimme die radikalen Parteien schwächen und den demokratischen Parteien den Rücken stärken. Ich gehe wählen, weil es mein Recht ist. Ich gehe zur Wahl, weil ich dankbar bin, in einem freien Land leben zu können. Und ich finde, dass jeder von uns die Verantwortung dafür trägt, dass das auch so bleibt. Ich gehe am Sonntag wählen, weil ich nicht will, dass extreme Parteien von rechts oder links die Politik in Deutschland bestimmen. Ich gehe wählen, weil mir nicht egal ist, wie es in Deutschland weitergeht. Es geht schließlich um meine Zukunft. Ich gehe wählen, weil Politik in so vielen alltäglichen Bereichen sichtbar wird. Ich möchte an meiner Zukunft mitbestimmen. Ich gehe am Sonntag wählen, weil jede Stimme wichtig ist, um die Rechtsaußen ins Abseits zu stellen. Bei der vergangenen Bundestagswahl lag die Wahlbeteiligung bei 71,5 Prozent. Das klingt jetzt im ersten Augenblick vielleicht viel, heißt ja aber auch im Umkehrschluss, dass fast ein Drittel ihre Stimme verschenkt haben. Das ist mir persönlich ein Rätsel, denn mir ist durchaus bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, überhaupt ein Wahlrecht zu haben. Und dieses will und werde ich auf jeden Fall nutzen und deswegen werde ich am Sonntag wählen gehen.